hallo lang ist es her ich muss mich erst mal wieder konzentrieren auf die kamera ich bin zurück ich war nie wirklich weg aber es kam halt kein neuer content warum nicht ich hab ein bisschen was zu tun neue job läuft ganz gut mein job läuft gut mein website läuft gut dank euch bin ich auch ganz ehrlich und ich hatte auch nicht so richtig lust ich glaube jeder ist mal in so einem tief wo nichts neues kommt ich genieße viel von den anderen content auf den anderen kanälen und habe mir gedacht jetzt kommt man was neues ich habe euch ein neues spiel zurückgebracht das böcker plus micro usb otf ich verstehe den ganzen hype um dieses messer nicht bin ich auch ganz ehrlich wahrscheinlich krieg gleich den übelsten shitstorm in den kommentaren oder ich finde gleichgesinnte die diesen sinn hinter diesem messer nicht verstanden haben also klar ich verstehe es erste automatikmesser was anfänglich erlaubt gewesen sein sollte ist das so richtig ich glaube ja jetzt ist das führen dieses messer nach paragraf 42a natürlich nicht gestattet besitzt ist legal also kann man ganz normal kaufen in diesem wunderschönen blau übrigens wirkt sehr gut und kauft euch mir beim messer wollt ihr kennt mein rabattcode natürlich jetzt hier werbung blende ich ein rabattcode ist in der video beschreibung schaut gerne mal vorbei aber wie gesagt ich teile die meinung nicht der edc community und verstehe es nicht was das soll also ich kann damit nichts machen ich kann mir keine sammeln es macht spaß bin ich auch ganz ehrlich ist mal was anderes im edc bereich gerade so viele leute die ich gerne in der rotation viele farben dabei haben oder verschiedene gegenstände ist das super nette spielerei aber wie gesagt nicht für mich und auch kein werkzeug in meinen augen sondern einfach nur eine spielerei da ist das gute stück das böcker plus micro usb otf das otf ist einfach nur die bezeichnung für den mechanismus der wirklich erstklassig funktioniert ja kommen wir einfach mal zu den technischen maßen wir haben eine gesamtlänge von 10,9 zentimetern die klingen länge beträgt jetzt vier zentimeter griff haben wir aluminium oder aluminium gehäuse sehr stabil sehr robust wir haben wir auf der einen seite noch den gürtel clip den man jetzt nicht versetzen kann also ist halt auch so nachteil für rechts und linkshänder ist das halt schon ein bisschen naja ihr wisst bescheid ja gesamtgewicht 32 gramm und klingmaterial haben wir jetzt d2 ja wie ich in der einleitung schon gesagt habe ich kann mit diesem messer wirklich gar nichts anfangen es hat einfach kein kein nutzen für mich bin ich auch ganz ehrlich also aus meiner persönlichen sicht ist dieses messer nette spielerei gerade im edc bereich kommt immer was neues dazu finde ich auch spitze aber ich kann damit nichts anfangen vorstellen wollte ich euch dennoch ich dachte naja edc kanal kann ich das teil auch mal vorstellen und ja ich bin echt mal gespannt was ihr zu dieser art vom messer sagt besser gesagt einfach zu diesem modell sagt ob es euch gefällt ob ihr meiner meinung vielleicht seid oder ob ihr klipp und klar sagt ach du hast doch gar keine ahnung halt die klappe und ich finde das teil super ich kann damit meine wurstsehme schmieren und alles andere im alltag meine persönlichen anforderungen damit erfüllen ja ich bin gespannt daumen nach oben und dann sehen wir uns beim nächsten video 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 Vielen Dank.